Wie viel Zeit haben Sie in den letzten sechs Monaten damit verbracht, um mehr von Ihren Mitbewerbern zu erfahren, damit Sie von ihnen lernen können? Denn egal, ob Sie in einem Unternehmen tätig sind oder für sich selber arbeiten, es gibt in jedem Bereich des Lebens jemanden, der schon da ist, wo Sie gerne sein möchten und von dem Sie lernen können. Wenn Sie Ihre Mitbewerber nicht genau beobachten, laufen Sie leider Gefahr, wichtige Tendenzen zu verpassen, den Anschluss zu verlieren und von Wettbewerb überholt zu werden. Damit Ihnen das nicht passiert, werden wir jetzt in diesem Video die entscheidenden Fragen stellen, mit denen es Ihnen gelingen kann, den Wettbewerb genau zu analysieren, um sich möglichst schnell einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, damit Sie sich zukunftssicher positionieren können für Ihre Karriere, für Ihr Business und für Ihr Leben. Mein Name ist Christian Zielke und ich helfe Menschen und Unternehmen, ihre Ziele zu erreichen im Bereich Management, Vertrieb und Kommunikation, durch Impulsvorträge, durch Beratungen und durch Seminare. Nach meinem Motto, was ist Ihr Ziel? Einfach schneller zum Ziel mit Zielke. Wie gelingt es Ihnen denn nun von den Besten zu lernen? Was sollten Sie dabei beachten? Hier ein kurzer Mitschnitt aus einem unserer besonderen Mastermind-Programmen, mit denen wir Selbstständigen, Führungskräften und Unternehmen helfen, Ihre wichtigen, wirklich wichtigen Ziele einfach schneller zu erreichen. Damit Sie sich jetzt besser auf den Inhalt konzentrieren können, blende ich mich jetzt ganz kurz aus. Sind Sie bereit? Legen wir los! Haben Sie eine gute Vorstellung davon, was Ihre führenden Wettbewerber auf dem Markt anbieten? Und sind Sie mit deren Geschäfts- und Marketingstrategien vertraut? Wettbewerb ist eine Tatsache des Geschäftslebens, unabhängig davon, ob Sie für eine Organisation oder für sich selber tätig sind. Beispiel Preisgestaltung Die Preisgestaltung ist ein gutes Beispiel, entweder als Teil einer Gehaltsverhandlung oder als Teil einer Marketingstrategie. Wie würden Sie für sich folgende Frage beantworten? Wer bestimmt die von Ihnen verlangten Preise? Oder das Gehaltsniveau, das Sie für sich selbst festlegen? Viele Menschen würden sagen, dass Ihre Kunden oder Ihre Arbeitgeber Ihre Preise bestimmen. Andere würden darauf bestehen, dass Sie Ihre Preise selbst festlegen. In der Tat sind das alles Schlüsselfaktoren für Ihren letztendlichen beruflichen oder geschäftlichen Erfolg. Aber der bestimmende Faktor ist keiner davon. Es ist Ihre Konkurrenz auf dem Markt. Sie haben Mitbewerber, unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen seine Waren oder Dienstleistungen auf einem offenen Markt oder innerhalb einer Organisation verkauft, in der Sie konkurrieren um Fortschritt oder um knappe Ressourcen. Aus diesem Grunde ist es unerlässlich, Ihre Mitbewerber gründlich zu recherchieren und sie so gut zu kennen wie sich selbst. Viele Menschen in einer Konkurrenzsituation machen allerdings den Fehler, die Mitbewerber abzuwerten. Der kluge Mitbewerber blickt nicht auf die Konkurrenz herab, bemängelt sie nicht, kritisiert sie nicht und macht sich nicht über sie lustig. Stattdessen respektiert er seine erfolgreichen Mitbewerber und macht es sich zur Aufgabe, sie zu studieren und von ihnen zu lernen. Hierzu könnten folgende Fragen wichtig sein. Doch bevor wir dazu kommen, nehmen Sie sich bitte etwas Zeit hierfür. Suchen Sie sich einen schönen Ort, an dem Sie sich entspannen können, an dem Sie sich wohlfühlen und ungestört sind. Und dann nehmen Sie sich ein Blatt Papier und einen Stift. Schriftlich denken, damit Ihre Ideen und Einfälle nicht verloren gehen. Denn gleich erhalten Sie wichtige Impulse und Gedanken, die die Richtung Ihres Lebens verändern können. Gleich werden Sie einige Fragen hören, die Sie sich selbst persönlich beantworten können, um Ihr Leben in eine andere Richtung zu lenken. Es ist dabei gar nicht wichtig, dass Sie schon zu jeder Frage eine Antwort wissen. Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie die Fragen zunächst einmal auf sich wirken lassen. Und früher oder später wird Ihnen zu der einen oder anderen Frage etwas einfallen. Und dann notieren Sie Ihre Gedanken auf dem Papier, damit Ihnen nichts Wichtiges verloren geht. Sind Sie bereit, legen wir los. Wir beginnen bei der Analyse des Wettbewerbs und dann schauen wir, was Sie daraus lernen können, um sich optimal und bestmöglich auf Ihrem Markt zu positionieren. Wettbewerb untersuchen Schauen wir uns zunächst Ihre Mitbewerber an. Was sind Ihre Strategien und Taktiken zur Marktdurchdringung und Marktbeherrschung? Welche Allianzen oder Netzwerke bauen Sie auf, um den Erfolg Ihrer Bereiche, Abteilungen und Ihres Geschäfts sicherzustellen? Warum kaufen die Menschen bei Ihnen? Wie bedienen Sie Ihre Kunden oder bauen Beziehungen innerhalb oder außerhalb der Organisation auf? Wie sieht Ihre Preispolitik aus? Welche neuen Fähigkeiten oder Ausbildungen erwerben Sie, um auf dem neuesten Stand zu bleiben? Wie gehen Sie vor bei der Qualitätskontrolle? Welchen Freiwilligen oder Berufsorganisationen treten Sie bei? Sobald Sie eine umfassende Wissensbasis und ein gutes Verständnis für Ihre Mitbewerber entwickelt haben, sollten Sie sich selbst und Ihre eigene Karriere oder Ihr eigenes Unternehmen ebenso sorgfältig unter die Lupe nehmen. Es gilt darum, Stärken zu analysieren. Identifizieren Sie Ihren Bereich der höchsten Kernkompetenz. Was machen Sie mindestens 90% besser als Ihre Mitbewerber? Was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal Unique Selling Proposition, USP? Das heißt, eine Eigenschaft oder Fähigkeit, die Sie besitzen und die Ihren Kunden oder anderen Mitarbeitern Ihres Unternehmens einen Wert oder einen Wettbewerbsvorteil verschafft und die keine andere Person oder kein anderes Unternehmen bieten kann. Wenn Sie festgestellt haben, was Sie in Ihrer Karriere oder in Ihrem Geschäftsbereich besser als alle anderen machen, dann schauen wir nach innen. Wie Sie sich positionieren. Wie werden Sie sich selbst oder Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung auf dem Markt positionieren, um aus Ihrem Kompetenzbereich Vorteile zu gewinnen? Welche Verkaufs- und Marketingstrategien werden Sie anwenden? Wie werden Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen auf der Grundlage wettbewerbsfähiger Preisstrategien bewerten? Behalten Sie den größtmöglichsten Spielraum bei, wenn Sie untersuchen, was die Konkurrenz tut. Wenn Sie zum Beispiel für sich selbst tätig sind, stellen Sie vielleicht fest, dass in einigen Fällen der Mitbewerb keine andere Person oder Firma ist. Möglicherweise konkurrieren Sie mit anderen Branchen. Beispielsweise sind Unternehmen, die Urlaubsmöglichkeiten an Land anbieten, direkte Konkurrenten der Kreuzfahrtindustrie. Beide Gruppen konkurrieren um die gleichen Euros der Urlauber. Es geht darum, den Wettbewerb zu analysieren. Unser Ziel in dieser Mastermind-Lektion ist es nicht, spezielle Verkaufs- und Marketingpläne zu erstellen. Wir werden uns zu einem späteren Zeitpunkt eingehend mit diesen Themen befassen. Doch jetzt soll vielmehr sichergestellt werden, dass Sie sich bewusst sind, wie wichtig es ist, den Wettbewerb zu analysieren, dass Sie einen Plan zur Durchführung der Wettbewerbsanalyse haben und dass Sie sich verpflichten, regelmäßig Ihren Wettbewerb zu analysieren. Denken Sie immer daran, dass, wenn Sie sich auf den Wettbewerb konzentrieren, sich Ihre Chancen erheblich erhöhen, schneller und sicherer Ihre Karriere, Ihre Geschäftsziele und Ihre Lebensziele zu erreichen. Wir werden uns nun in Kleingruppen aufteilen, um auf diese Fragen die für Sie passenden Antworten zu finden. Und zwar abgestimmt auf Ihre Person, auf Ihr Unternehmen und auf Ihre Lebensziele. Tja, wie können wir denn nun das Gehörte am besten in Ihrem Alltag umsetzen? Hierzu einige Tipps. Dies war ja nur ein kurzer Ausschnitt aus einem unserer besonderen Mastermind-Programmen. Hier helfen wir Selbstständigen, Führungskräften und Unternehmen, ihre wirklich wichtigen Ziele einfach schneller und besser zu erreichen durch besondere Impulsvorträge, gemeinsamen Erfahrungsaustausch, gezielte Trainingsprogramme und aufeinander aufbauende Coaching-Einheiten. Falls auch Sie sich dafür bewerben möchten, finden Sie weitere Infos unter diesem Video. Und nun zu den Tipps, wie Sie das Gehörte am besten in Ihrem Alltag umsetzen können. Beantworten Sie zum Schluss dafür einfach die folgenden Fragen und ziehen Sie dann die daraus notwendigen Konsequenzen. Ihr Wettbewerb. Wer sind Ihre erfolgsreichsten Wettbewerber? Ihre Kunden. Warum kaufen Ihre Kunden oder potenziellen Kunden nur bei diesen Wettbewerbern? Welche Vorteile und welche Nutzen nehmen Sie beim Kauf von Ihren Mitbewerbern wahr? Ihre Kompetenzbereiche. Was sind Ihre Kompetenzbereiche als einzelne Person? Welche sind die Bereiche, in denen Ihr Unternehmen Spitzenleistungen erbringt? Was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal? Das heißt, was können Sie tun, was Ihre Kunden definitiv Vorteile bringt, die keine andere Person und die kein anderes Unternehmen bieten kann? Wie überzeugen Sie die Kunden? Wovon muss der Kunde überzeugt sein, um bei Ihnen und um nicht beim Wettbewerb zu kaufen? Welche Maßnahmen ergreifen Sie? Was werden Sie tun, um die gewonnenen Erkenntnisse umzusetzen? Welche Maßnahmen werden Sie sofort ergreifen, damit Sie weiterhin erfolgreich bleiben? Denn große Ideen brauchen nicht nur Flügel, große Ideen brauchen auch ein Fahrwerk. Wissen Sie eigentlich, wen Sie zufriedenstellen müssen, um in Ihrer Karriere, um in Ihrem Unternehmen und in Ihrem Leben voranzukommen? Haben Sie mal darüber nachgedacht, sich von Menschen oder Kunden zu trennen, die Sie daran hindern, erfolgreich zu sein? Darum geht es in dem nächsten Video. Und falls Sie sich jetzt schon gerne austauschen möchten mit Gleichgesinnten über Themen, die Ihnen wichtig sind, dann lade ich Sie gerne zum Online-Kamingespräch ein. Dem Sunday Talk. Jeden ersten Sonntag im Monat um 11 Uhr mit der anschließenden Stunde der Zuversicht. Hier treffen sich Menschen, die für Ihre Anliegen gute Lösungen suchen mit Experten, die ehrenamtlich ihre Erfahrungen teilen, um gemeinsam die Herausforderung unserer Zeit zu meistern. Falls dies für Sie von Interesse sein sollte, dann finden Sie weitere Infos unter dem Video. Und falls Sie sich interessieren für einen guten Vortrag, für eine gute Beratung, für ein gutes Training oder für eine gute unternehmensinterne Ausbildung, tja, meine Kontaktdaten sind ebenfalls unter dem Video. Was ist Ihr Ziel? Einfach schneller zum Ziel mit Zielke. Wir sehen uns am Sonntag an gleicher Stelle, wenn Sie möchten. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017